Das waren zwei junge Menschen, die haben dann irgendwie auf mich im Rennen gewartet, dass ich wieder rankomme, weil die dachten, ich habe einen Fehlstart gemacht oder sowas und bin dann einfach stehen geblieben und die haben auf das Startsignal gewartet, dass der Rückruf kommt. Und ich bin dann rangefahren an den Jungs und dann habe ich im Ziel gefragt, ich sage, was war denn los, warum seid ihr nicht weitergefahren? Ich sage, es ist doch meine eigene Schuld, wenn ich jetzt vorne fahre. Ja, wir dachten, du hast einen Fehlstart produziert oder so. Wir haben einfach auf dich gewartet und der andere sagte so, ja, weißt du, ob du mich jetzt bei 250 einholst oder bei 500, das ist dann auch egal. Also das war schon mal so ein Fairplay miteinander irgendwie oder so, wo andere das eiskalt hätten ausgenutzt oder so, einfach so, wo ich sagte so, oh, das ist aber auch schon, was so bleibend im Hinterkopf drin ist.